Hit Radio FFH, Lacher Rando. Sie bestellen, wir liefern. Dedo? Hallo, hier ist der Boris von Lacher Rando. Ah, kleiner Moment, ich reiche gerade mal weiter. An die Tochter. Genau, komm mal her Alina. Hallo? Hi Alina, deine Mama hat uns geschrieben, dass du gerne Lacher Rando hörst. Ja, morgens vor der Schule. Ja schön, dann habe ich heute mal ein paar Witze für dich. Super. Der Lehrer fragt in der Schule den kleinen Tim, wird bei euch zu Hause eigentlich noch ein Tischgebet gesprochen? Daraufhin sagt Tim, nein, so schlecht kocht Mami nun auch wieder nicht. Der ist gut. Weißt du, wie sich zwei Blitze begrüßen? Nö. Ey, Alter, schlag ein. Der ist so richtig doof. Gleich weiter. Der Lehrer fragt in der Schule, Fritzchen, kennst du denn die vier Elemente? Daraufhin antwortet der, ja klar, Erde, Feuer, Wasser und Bier. Fragt der Lehrer ganz erstaunt, wieso denn Bier? Sagt Fritzchen, naja, wenn mein Vater mal ein Bier trinkt, sagt Mami immer, jetzt ist er wieder in seinem Element. Ich glaube, die Mama hat genauso viel Spaß. Auf jeden Fall, ja. Da sind gute Witze dabei. Sie bestellen, wir liefern. Lacher Rando. Nur bei Hitradio FFH.